Also es gibt nach wie vor auch grüne Flaggen, die eine Frau zum Beziehungsmaterial machen, in das du Zeit und von mir aus auch Geld und Aufwand investieren kannst. Hier ist meine persönliche Top 10 dieser Kriterien. Nummer 1. Sie pflegt eine gute Beziehung zu ihrer Familie, ganz besonders zu ihrem Vater. Spricht sie schlecht über ihn, hat sie keinen Kontakt zu ihm, hat sie Daddy-Issues, rote Flagge. Dasselbe gilt für Männer generell. Respektiert sie Männer, anerkennt sie ihre Probleme und Leistungen? Wenn ja, dann sind das ganz klar gute Zeichen. Sie nutzt soziale Medien und Handy aus, schließlich für den Kontakt zu engen Freunden und Familie. Ist sie süchtig nach Chats und Social Media mit Fremden, hin fort mit ihr. Sie vertraut deinen guten Entscheidungen und leistet diesen Folge. Sofern du gute Entscheidungen triffst, sollte sie sich diesen unterordnen, ohne zu zucken und ohne zu murren. Sie unterstützt deine Projekte und Vorhaben. Anstatt ein Klotz am Bein zu sein, fungiert sie als eine Art Cheerleader für dich. Sie anerkennt, dass sie nicht dein Lebensmittelpunkt ist. Sie verfügt über Hausfrauenqualitäten. Ist sie sauber, räumt sie auf, wäscht sie deine Wäsche, bekocht sie dich gut. Wenn ja, dann sind all das grüne Flaggen, die vorteilhaft sind. Und zwar in letzter Hinsicht für beide. Sie hat einen so gering wie nur möglichen Bodycount. Frauen, die von einem Typen zum nächsten wandern, sich zu früh einem Mann hingegeben haben und sich öffentlich zur Schau stellen, stumpfen ab und sind ein Risikofaktor. Sie ist ihr kulturell nahe und erteilt eine ähnliche Weltanschauung. Die Chemie zwischen euch beiden stimmt und ihr harmoniert, ohne dass viele Worte gewechselt werden müssen. Sie ist gut erzogen und weiß sich zu benehmen. Sie ist kein Aufmerksamkeitsjunkie, keine notorische Partyfrau, trinkt nicht, raucht nicht und verwendet keine Gossensprache. Sie pflegt ihren Körper, achtet auf Gesundheit, Ernährung und Kalorienbilanz. Sie führt generell einen gesunden Lebenswandel und dein Urteil über ihr Aussehen ist ihr wichtig.